So, willkommen in der neuen Folge von Grids for Multiplay mit mir und Cruiser und hier mit dem Aston Martin Vanquish von Nicky Hawk und Cruiser, äh nicht Cruiser, Cinnamon fährt mit seinem zweiten Account, weil er mit dem anderen Account rot ist, hat er gesagt, weil er mehr gerammt hat, der alte Crasher, deswegen hat er auch nur 40 Rennen gefahren mit dem hier, Alter, ich bin gut. Jo, Idiot ey, man, nicht mal hängen ey. Tschüss, der Pflichtenrote. Hoppla. Cinnamon lernt Kurven fahren, alter Verwalter, das erschliffen den, oh mein Gott. Aus dem Weg, Logan, alter, der wies ja nix. Was ist denn das, Alter? Ey, was geht hier grad ab? Chaos, Chaos pur. Chaos ist die Hölle auf Erden, Mann. Das kann man schon nicht mehr als Chaos bezeichnen. Oh, es ist ein Kroko 87 vor mir. Ey, Kroko, ohne Scheiß, du verscherzt dich gleich bei mir. Kroko, Doc? Nein, Kroko 87. Na gut. Dann Kroko 87. Alter, das mal ein Drift. Geil. Ich kann überall driften, nur nicht in den Drift rennen. Cinnamon ist nicht erster, heiliger Bim Bam. Ja, wurde wohl weggesandt am Anfang. Stimmt. Nein, der ist in die Felswand gefahren, ich war direkt hinter dem. Achso. Ey, mach Platz, Mann. Idiot, ey. Uh, kacke. Ich glaub, ich wär wieder runtergekommen. Schade. Ja, fahr durch. Alles klar, du kriegst einige Bug, du Arschloch. Hier, krieg ich einige Bug. 98 vor mir, ey. Ich kladder, ich klapp an gleich weg, Alter. Gleich ist es soweit. Versuch dein Glück. Ich hab'n gleich, warte. Der Wind seht, wird Sturm enden. Oh, da war allein Planke, glaube ich. Ah, toll. Jetzt ist das Rennen bald vorbei und ich hab' keine Chance mehr den anderen Idioten da wegzuhauen, der mich weggehauen hat. Ah, toll. Dreck. Ach, ist sogar ohne wegzuhauen vorbeigekommen. Ja, ja, du Mut, ey. Mann. 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 Ja, bleib' wieder hängen, ne. Ist wichtig. Besser als Cinnamon. Bin ich gut oder bin ich gut? Ich bin wieder Orange, Mann. Scheiß cool. Nee, nee, nee. So, merken. Reak RS weghauen. Fünfter, Alter. Ich war zweite. Blöde Engländer. Island Hopper. Weiter. Boah, dass das Spiel mal so lange warten muss. Deutsche Ausgabe gefällt mir mal besser. Insel offen. 16.000. Kollisionsraten-Modus strafft deine Mom, Alter. Scheißspiel. Ja, bis gleich in Renn Nummer 2. Ey. So, warte mal. Wir sind jetzt in Renn Nummer 2, hier in Okutama. Und ich fahre den 722 von Docklife Extreme. So, jetzt kannst du was sagen. Ja, jetzt will ich noch mehr. Okay. So, Plan steht. Ich werde jetzt nach links ziehen. Arschloch. Ist nicht. Ist nicht. Ha, 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 ha. Ja, wow, wow, wow. Zum Glück ist mein Bügelbrett relativ flach. Da fahrst du unter den Autos durch. Die durch vorbeifliegen. Ist gut. Mann. Diese besoffene Bugatti-Fahrer, ey. Das andere Typ ist jetzt wieder doch an mir vorbeigekommen. Ja, da ist er, der weiße Agera. So, jetzt hat ein bisschen Cinnamon gejagt. Viel Erfolg. Oh mein Gott. Oh mein Gott, und einen kleinen Lassensfehler gemacht, wo ich es gesagt habe. Ich sage nie wieder irgendwas, Alter. Außer dass das sage ich weiterhin. Oh, was ein Kackspiel, ey. Worum? Du fährst in die Kurve und auf einmal haut es dich raus. Das liegt an deinem Auto. Oh, Hilfe, da fliegt ein Bügelbrett. Der ist mir vor die Linse gefallen. Oh, ein Franzose ist gegen den Tunnel geflogen. Scheiße. Wow, hui. Ich hasse diese Strecke, habe ich das schon mal gesagt. Mann, komm mal klar, du doofes Auto, Alter. So mal den blöden Agera da weghauen. Ja, ich komme leider nicht hinterher mit dem Bügelbrett. Was geht denn hier, Alter, mit der Fahrphysik heute? Ich habe kein Reset mehr. Wir haben schon fast ein Drittel vom Rennen geschafft. Oh, Mann. Die Hälfte. Alter. Alter. Dafür liebe ich das Bügelbrett. Du gehst vom Gas und kommst in die Kurve, ohne zu bremsen. Ach, das stimmt gar nicht. Doch. Nein, du lügst. Außer die Hanna, oder? Mann, ja, danke. Ach, du warst schon wieder ein Engländer. Ja, das ist jetzt ein Großbritannier hier. Das hat nicht nur die England-Flagge, sondern... Oh, oh mein Gott. Sondern ein Großbritannier. Oh, er legt einen an Straßenschild. Oder das war das andere, Georgien? Ach, keine Ahnung. Scheiß Drittmine. Ah, VG-98 gibt Gas. Jetzt kommt der FAB 87 auf mich zu. Ah, sorry mal. 250 in S4, oh mein Gott. Total Schaden. Du hast einen Total Schaden? Oder hast du total den Schaden? Gefühlt, gefühlt. Scheiß. Scheiß Inselaffen, Alter. Sag ich ja. Sollt jedes Spiel verboten werden. Oh, Mann, Alter, wie? Ich glaube, ich habe noch nie in einem Rennen so viele Unfälle gebaut wie in dem hier. So ein Arschloch. Ab sofort, jedes Mal, wenn er nachts scheint, werde ich ihn weghauen. Nein. Nein, scheiß. Ah, komm, Wunder. Wow. Nee. Okay. Nicht mit mir. Interessante Rolle. Ja, hier kriege ich noch. Ich habe ihn noch gehalten. Kommst nicht an mir vorbei, nicht über meine Leiche. Ha, ha. Noch Dexter geworden. Ha, ha. Ja, und du bist immer noch orange, das heißt, du kriegst wieder Abzug. Ha, 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 ha. Ist sowas von egal, das ist es mir wert. Ja, ja. Das macht das Spiel gleich doppelt so viel Spaß. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Oh mein Gott, scheiß schwarze Seele. Das ist der Wagen absolut ungeeignet für die Strecke. Also ich kam gerade mit dir überhaupt nicht klar. Ich habe ihm jetzt ja deine Luft auf den Rädern verbracht. Das konnte ich so traut, ne? Ja, ich habe auch nur 8.000 gekriegt, also. 10.000. Na ja, bis gleich. So, jetzt im dritten Rennen in Miami, Barcelona, keine Ahnung, Barcelona, glaube ich. Und der C63 ist hier das Fahrzeug bei der Wahl von Niklas Marley. Ha, ha, kack, nur. Oh, cinnamon, echt. Oh, Mann, ey, kack, nur. Das letzte. Ja. Ich musste das mal ein bisschen über die Nase räumen. Alter, Wagen, du kannst auch mal driften. Junge. Meiner will auch nicht driften, ich habe gerade Japaner weggekommen. Was machen die Japaner hier, ey? Ami haben wir auch dabei. Oink. Das war so, wenn man... Da wurde es ein bisschen knapp. Na ja, kann mal passieren. Alter, hört zu wackeln. Hint das Ding von der Nase weg. So. So, erstmal wieder gescheit. Boah, wieso Engländer, Alter? Oder wer auch immer das war, keine Ahnung. In dem Fall irgendein Hindernis. Keine Vorurteile, bitte. Na ja, eigentlich sind die Franzosen, die hier nicht fahren können. Ich finde das voll geil. Wenn ein Franzose dich beleidigt, dann kommt es doch voll rüber, als wenn das gar nicht ernst wird. Na ja, eigentlich hat er dich lieb. So klingt das zumindest. Gott, fahre ich gerade einen Scheiß zusammen. Mach doch nix bis zwölf, ey. Kann nicht schlimmer werden. Kann nur besser werden, oder wie? Oh, Flugzeug, Flugzeug, oh mein Gott, ein Flugzeug. Will ich angucken. Oh no. Fliegt aufs Meer zu. Jetzt hätte ich Bayern crash wegen einem verdammten Flugzeug gebaut. Wenn man diese schaulustigen Touristen, was? Oh, Cinnamon wird echt zum Crasher hier. Hau, VG 98 weg. Danke. Das war ich nicht. Ich mag die Krippe trotzdem normal. Jetzt soll ich mal abwarten, bis ich in dem Spiel wieder drin bin und gescheit fahren kann, Alter. Also nie. Du bist der Nächste. Du hast mich doch schon weggehauen. Man schneidet nicht oft genug. Dankeschön. Ein Platz für mich. Na, okay. Alles gut. Alles gut, ey. So, jetzt habe ich erstmal die Bremse vor mir weg. Jetzt kann ich mir wirklich schön Gas geben. Kommt von der Banne weg. Kommt von der Banne weg, scheiß Auto. Boah, ich hasse diese Kurken. Oh, nicht dreh, du doofes Auto, Alter. Oh, Mann, ey. Du hast ja schon ein Kroko hinter mir. Du hast ja schon ganz bisschen Bremse hier, damit du ganz sanft da rumschlitterst. Nö. Stupst die Wand dann. Bill, 63 Grad, in die 180 Grad gedreht. Ja, ist so dreckig. Der vor mir winkt mir mit seiner Heckklappe zu. Auf, zu. Auf, zu. Auf, zu. Wo bist du jetzt? Neun, zehn, acht, sieben. Neun. Hart vorgearbeitet. Ja, wir haben ja gerade noch die letzte Chance auf dem vierten Platz verkackt. Oh. Amos Töftöft. Ja. Heilige Scheiße ist zu früh angebrannt. Nein, nein. Oh mein Gott, da komme ich. Guck mal. Ne, du bist gelb. Jetzt eben warst du noch orange. Krauter scheiß. Und wieder dürfen wir warten. Dankeschön. Dankeschön. Belohnung in 20.000. Okay. Und 7,50. Ist dir schon aufgefallen, jedes Mal, wenn ich schlecht platziert bin, kriege ich keinen Abzug. Und jedes Mal, wenn ich gut platziert bin, kriege ich Abzug. Also kriegst du immer Abzug. Scheißspiel. Ja, bis gleich in Renn Nummer 4. So, willkommen in Österreich zu Renn Nummer 4 mit dem Golf R von Daniel Müller. Das reimt sich. Da kommen wieder Erinnerungen. Und ich bin Platz 8. Super. Da hinten steht er. Stehst du bei dem Pinguin? Hm. Kommt schon, gibt Gas da vorne, jeden los. Wir dahinter, nur die Erzung. Macht Platz, ich will durch. Lalalala. Aha, ich bin schneller als ein Camaro. Stimmt's aber halt nicht. Oh, ich hab nicht die Leitplanke berührt. Das war knapp. Lär doch mal vorbei, Ladies. Ein bisschen Abstand mal gewonnen. Ich sag das nie wieder, ohne Scheiß. Ich bin ja was verloren, ja? Ja. Macht der Sinn immer überhaupt Fehler? Nicht viel, nee. Scheiße, hab ich mich total verbremst. Irgendwann ist mein Auto jetzt unförmig. Sieht ein bisschen komisch aus. Oh, Dreck. Hey, ich hab den Rea KS weggehauen. Nein, jetzt sind wir noch hinter dir. Egal. Ich hab ihm trotzdem einen mitgegeben. Oh, Golf, Alter. Was ist denn dein scheiß Problem? Jetzt hab ich ihn aber weggehauen. Ja, find ich gut. Ich unterstütze das. Alles nur für dich. Alles für den Dackel. Alles für den Club. Heilige Scheiß. Irgendwie krieg ich die Kurve nicht mehr. Oh nein, ich hab ein schwarzes Eis hinter mir. Mann, du blöde Affe, Alter. Toll. Sechste. Der Rea KS ist hinter mir. Ich hab schon irgendwie ein stumpfes Gefühl in der Markenkruppe. Einer wieder weg, glaube ich. Der Golf fährt so geil in die Kurven rein. Der kommt aber nie aus den Kurven gut raus. Ich versteh's nicht. Oh, was machen wir denn hier, Alter? Ja, schön, dass ich ganz hinten gesättet werde. Und alle anderen fangen gemütlich weiter. Alter. Nein, nicht getroffen. Scheiße. Der Golf, Alter. Haben sie da auch eine Lenkung eingebaut? Komm mal, Platz da. Ab. Du Arsch. Es gibt Rache. Glaub mir. Ich hatte schon so ein gutes Gefühl, ey. Ich hab mich gelb, wie ein Idiot. Und einen Millimeter hau ich an ihm vorbei, ey. Scheiß die Wand an. Er hat sich mal lieber aufs Fahren konzentrieren sollen, als darauf, Leute wegzuhauen. Der hat's verdient, denn ich meine, und der weiß es auch. Na ja, bin nicht so gut, aber ist egal. Oh, Mann, ey. 14.000. Tief ein- und außeratmen. Ja, kein Bonus. Sehr gut. Ähm, ja. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.